Ja hallo jetzt hier kommen zu einem neuen Part und zwar wieder One Late Night Ich würd sagen wir gehen ins Ge... Wir holen unser Handy aus Ich bin's Linda Ok ich seh dich bald Hey entschuldigen aber es dauert noch ein bisschen länger in der Arbeit Ich ruf dich an wenn ich zuhause bin Send The Message Das muss ich bisschen leise machen sorry Scheiße zu viel programmiert Wo ist mein Kaffee Ich muss nur aufstehen Energydrink reinhauen Nee Kaffee ist besser Ich hätte Energydrink auch leer Und jetzt hat nicht erschrecken Das find ich richtig geil gemacht Ganz einfach so Ich bin jetzt hier hin Nein das geht nicht Mhm ok mein Menü Kalender Mhm 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 Scheiß Kopierer alter Das haben wir uns ja alles in der letzten Folge schon mal angeschaut Da war nichts Das hab ich in der letzten Folge auch schon vorgelesen Das ist hier alles zu und jetzt ist der Scheiß Kopierer Der kann zwei Sekunden lang rennen Schreibt mal bitte in die Comments Was der da behindert ist Was der da behindertes macht Und Dschuldigung dass ich grad übel heiße bin Ich bin noch Bisschen krank Ich find es sich so geil wie er den Kaffee in der Hand hat Puh alter Voll durch die Wand geht er rauf Hier ist nichts Hier ist nichts So I see you Was ist das Was ist das Was ist das Was ist das Erstmal einlocken Mein Passwort Wo war das Ach hier unten Me Ich Lohn Help Füll Stress Stress Nicht Okay Es beginnt schon rustig zu werden Wie kommen wir jetzt hier raus Ach so Können wir wenigstens die unterste Schublade öffnen Ah Alter Was zum Teufel Warum haben wir jetzt ein Kulli in der Hand Ist Waffe oder Mit der Tür wieder öffnen Es beginnt schon ein bisschen gruselig zu werden Vor allem Ich find es eigentlich schön bei so einem kühlen Sommernacht Im Büro zu sitzen und ein bisschen Ja zu programmieren Warte War die Ziele nicht zu Da gehen wir gleich hin Ah Man sieht nichts aus Aber ist doch auch egal Da oben liegt Irgendwas Keine Ahnung Was Okay gut Ein bisschen blubber Ich werde mich das sowas von erschreckt wenn irgendwas ist Das war jetzt heftig Das finde ich so geil Könnte ich den Schlüssel so anschauen Okay Das war jetzt extrem einfach Das ist auch offen Ist hier auch was drin Ne Da liegt auch was Ne Hier nichts Hier könnten wir jetzt auch theoretisch Ah Wir können uns hier sogar verstecken Ist ja mal geil Okay Brauchen wir jetzt noch nicht Hoffe ich mal Was zum Teufel Ich nehme alles zurück Das ist gruselig Renn mal bitte schnell wieder zurück Haben wir ein Inventory oder so Hier Ne Hä Können wir jetzt wechseln Ne Boah scheiße Leck mich darum Suck Ah wir haben jetzt den Kübel benutzt Können jetzt hier rein Jetzt bitte Mach die Che zu Danke Ah hier Hier No Sun David Israel He's coming Robots Robots Ich kann mir die Lampe anmachen Ah gut Und ich frag mich Das ist nicht hier oder Ich kenn das Spiel natürlich schon Das kennen bestimmt viele von euch Hier bitte zu Aber Trotzdem Höre ich nicht Schreck nicht Ich sehe dich Ich sehe dich Voila So Erstmal ihm jetzt schicken ja Ich gebe hope ein Kommt das alles String Okay Okay Ja passt schon Wir haben unseren Kaffee anscheinend getrunken Warum haben wir jetzt die Kuli in der Hand Ne die lassen wir offen Ne die lassen wir offen Das ist eher richtig geil das Spiel Username das weiß ich nicht Den weiß ich nicht Locken wenn sie sich hier Nein Ich wollte mich nicht einlocken Hier Danke Die Oberste ist abgeschlossen Okay Hier ist anscheinend nichts drin Hier auch nicht So Oberstes Abschluss Das haben wir hier Kürze Ja hier Nelson To Dawson Ich hab das schon ewig lang mal Irgendwann mal angeschaut Ich weiß nicht mehr so viel She's coming closer A ghost Or the devil Why Da ist ein Stift Können wir jetzt Nein 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 Nicht wahr Okay Gut Machen wir mal ein bisschen düstere Atmosphäre Das war grad schon ein bisschen gruseliger Noch nicht so Okay Uns fehlt noch ein Schlüssel Für die oberste Schublade Jetzt lassen wir einfach Nein Komm zu machen Wir sind höflich Die kommen ja immer noch nicht durch Hier sind auch PCs Kann man sich hier verstecken Ich weiß dass das Fick dich Stuhl 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 Fick dich Bitte zu schließen Danke In der Toilette haben wir Die Schlüssel gefunden Bitte zu schließen Oh die Tür zu Danke Hey Unser Hund ist in der Wand Huuuuiu Alter Scheiße Ist hier noch irgendwo oben noch Ein Wasser hier Hm Irgendwo muss noch ein E-Tisch schließen Jetzt mal Kommt man hier auch Bisschen vorbei Die brauchen noch irgendwie So einen Schlüssel Oder sowas und